Hi Leute und willkommen zurück zu Black Myth Wukong. Bin ein bisschen pisst. Ich war jetzt hier auf der Insel Schildkröte zwei Stunden lang daran, diesen Fuck Drachen zu besiegen. Ähm, nein. Er denkt sich immer so, ach, ich bin nur noch bei 10% lieb. Jetzt gebe ich dir gar keine Chance mehr und macht einfach jede Menge AOE-Attacken, fliegt die ganze Zeit nur noch umher. Ähm, macht große AOE-Attacken, die 1000 Damage machen und ich habe nicht mal die Hälfte davon an Leben. Ähm, what the hell? Da kann ich auch den Endboss versuchen von dem Gebiet. Ja, natürlich, wir haben nicht irgendwie in Resistenzen oder sowas geskillt. Vielleicht wäre der dann ein bisschen einfacher. Aber im Moment nicht so. Und ich habe auch jede Menge Tränke benutzt und so weiter. Immer so kurz vor Ende denkt er sich, nö, große AOE ist, damit du nicht an mich rankommst. Flieg hin und her und hau dir immer eine runter. Schau. Ah, schade. Na, gucken. Wir versuchen den Buddha nochmal. So. Nein. 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 Geheimnis auf dieses Reverein-Place, mit noem mehr! Geheimnis, Brustickel! Was ist das? Ich bin sicher, dass ich mich nicht verletzt habe. Er denkt sich mal, mach mal. Punch-Shot jetzt. Krass. Noch einen. So, das hatten wir vorher auch, ne? Dass der noch nicht stört. Okay, dann war das vorher nur bugged. Oh, das ist wie in Dragon Ball, wo Son Koko in so einen Alkoholkrug gesogen wird und da dann in Alkohol verwandelt werden soll. Nur hier ist es irgendwie so ein kleines Gefängnis. Ah, guck mal, der andere ist hier. Und der Affe auch. Ah! Ah! Idiot! Der Trickster kallt dich auch? Das blöde Brot ist viel besser als vorher. Nurturierend so eine anerhöhung. Yellowbrow muss auf Hukong-Wukong gewollt es in den Wukong. Ja, fight ma. Ich fighte bestimmt nicht. Ist schon okay. Ich wollte Paralyse machen. Paralyse geht wieder nicht. Für Prestige und Legatze in Dachkost. Du sollst drehen. Entrenscht Anilis schallst singen. Du sollst drehen. Primaes Jahr schallt die Spendte settle. Du sollst drehen, um in Blik-Void zu erreichen. Du sollst drehen. All die Leben ist, aber eine Spurge. Also wir warten jetzt, dass ihr das fertig macht, oder? Ähm, ich lauf da hin, ich bin tot und ich kann alles nochmal von vorne machen. Das ist 100%. Nein. Nein. Ich bin ein Mann. Nein. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Seien. Der Kiefer ist mein Vedreicher. Ich sag ja, ich misch mich ein, ich bin tot. Ich sag ja, ich sag ja, ich bin tot. Ich kann nicht mal sein, der Doppelgänger besiegen. Mach, schwein. Mach, schwein. Mach, schwein. Mach was. Er bricht alles ab. Mach. 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 Ich bin blind, wenn wir nachvollziehen, wie du! Hau zu! Final-Unfall-Attacke! Fuck! Ja, wie wär's, wenn du was gemacht hättest du? Er hätte ihn nur einmal ordentlich schlagen brauchen. Das war so klar. Ich muss wirklich alles von vorne machen. Oh, meine Güte. Ja, Wukong Let's Play hört hier auf. Ich krieg weder den Drachen besiegt, noch den Typen da drin. Bitte nein! Bitte nein! Bitte nein! Bitte nein! Bitte nein! Bitte nein! Oh, danke! Mobbing! Los, mob ihn! Ich helf dir ein bisschen. Bitte nein! Es geht es immer wieder! Aber wenn ich erih imaginar muss, ich wenigstens zu ver culken. Er ist irgendwas, k kas heißt für die Sonnenorte, die McCann in wohnt hinglen. Es macht ihr ihn mein Einzelner fürėt. Ham ich钲. Ich zeige ihm die USA. Kilo ihr versteht, aber he pert Firmen uns doch nicht! Da kam noch was zweites Jetzt hat er meine Monkeys abgebrochen Wenn ich keine Monkeys bekomme, dann du auch nicht Geh einfach Geh einfach Das war's. Ich drück dich. Ganz ruhig. Wird schon. Also wir müssen erstmal in seine Monkey-Phase prügeln. Dann machen wir seine Monkeys weg. Und dann können wir mit unserem eigenen ankommen. Vorher nicht. Ich drück dich. 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 fast fast ich komme ich lasse die ganzen fields drin Lernkurve ist bei mir eh nicht da ich will halt keine Paralyse für eine Kopie benutzen und für ihn eigentlich erstmal auch nicht so so Das war's für heute. Das war's für mich. Guck mal, er schickt mir ja zwei Heile um die Säule. Schweine, Bruder. Aber leider macht die nicht so viel. Aber leider macht die Säule. Aber leider macht die Säule. Aber leider macht die Säule. Okay, ganz kleine Lernkurve war da. Aber nicht viel. Weil mehr so Glück. Ja, jetzt nimm das Schwert. Bring ihn um. Komm auf die dunkle Seite, Affe. Affenbruder getötet. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Gut, da. Doch, die dunkle Seite. Ähm. Ähm. Warum sind wir jetzt der Affe? Ja, ich kann meine Hüte empfehlen. Hahahaha. Oh, war das Schwert verflucht und deshalb sind wir jetzt zu dem Affen geworden? Kann das sein? All conditioned things are impermanent and need astray Be a butcher Don't be a butcher Okay, sind nur Kopien und geben keine Erfahrung, also können wir die nicht liegen lassen Lass mich durch Schaden Ich werde dir in diesem Cycle . Buddha Wut Einweggel Sollte Einweggel dir Buddha Wut 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 Oh, jetzt haben wir auch die Flügel, die er schon hatte. Die Flügel, sie kommen auf deinem Kopf, wenn du keinen Gelegen in deinen Gelegenheiten findest. Eine Nervana ultimative. Ich werde dich glücklich geben. Die Destin-One, was eine Glorie in der Welt. Hm. Who granted your destiny? Sun Wukong! You are at the end of your wits. No one to tempt. I persist with this fast. You walk the path of Buddha. Go within, not without Buddha. Now, to perceive me through sight and sound together. How wide! I can't wait. I can't wait. That's the only thing I can do. I can't wait. You're not, I can't wait. I can't wait. I can't wait. Schwein, wo bist du? 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 kommen. Aber ich glaube, das geht nicht. Hier wird nicht irgendwo so ein Ausgang sein. Es sei denn, ich darf ganz zurücklaufen. Hm. Ah, werden wir sehen. Bis dahin. Ciao, Leute.